Robin hier von Post Professionals. Hier für euch ein Kapitel aus einem meiner längeren Videos, zu dem ihr alternativ auch hier oder in der Beschreibung den Link findet, wenn ihr lieber alle Themen am Stück schauen wollt. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist und nach einem umfassenden Training für Final Cut Pro auf Deutsch suchst, wo du wirklich alles Wichtige über Final Cut Pro lernen kannst, was es zu lernen gibt, dann schau gerne bei uns auf der Seite vorbei, der Link dahin auch in der Beschreibung. Jetzt aber frohes Lernen! Als nächstes eine nette kleine Verbesserung für diejenigen von uns, die mit ProRes RAW arbeiten, sowie für diejenigen, die irgendwie glauben, dass ein RAW-Format ohne einen Metadatenfeld zum Ändern von Attributen wie ISO oder Farbtemperatur nicht wirklich RAW ist? Viele haben bisher behauptet, dass ProRes RAW aufgrund des Fehlens dieser Steuerelemente kein RAW war. Nun, das ist natürlich völliger Unsinn, da es ganz sicher RAW ist, im Gegensatz zu einigen anderen Formaten, die sich RAW nennen. Ganz zu schweigen davon, dass man die Belichtung und die Farbtemperatur eines Clips ohne ein solches Metadatenfeld genauso anpassen kann. Aber all das ist jetzt eh irrelevant, da diese Funktionalität jetzt hinzugefügt wurde. Mit Final Cut 1049 muss ich lediglich meinen ProRes RAW Clip im Browser oder in meiner Timeline auswählen, gehe dann zum Informationsfenster und schaue, dass es im Popup Menü unten links auf Einstellungen steht. Damit finde ich nun unter den Einstellungen für die RAW-zu-Log-Konvertierung und dem Kamera-LUT-Popups, wo übrigens eine neue LUT für Nikon hinzugekommen ist, die Informationen zum Clips ISO, worunter man jetzt ein Popup angezeigt bekommt, womit ich den Wert auf 1 aus einer langen Liste anderer Werte ändern kann. Darunter befindet sich ein Schieberegler, mit dem ich auch den Belichtungsversatz auf einen Wert zwischen minus 1 und plus 1 verändern kann. Und nicht zuletzt einen Bereich, um die Kamera-Farbtemperatur zu ändern. In meinem Fall kann ich die Farbtemperatur allerdings nicht ändern, da diese Clips mit einem Recorder mit einer älteren Firmware-Version aufgenommen wurden, der noch nicht alle jetzt benötigten Informationen in den Metadaten gespeichert hat. Man sollte daher auf Firmware und Software-Updates für Kameras und Recorder achten, um sicherzustellen, dass diese Informationen in die Dateien aufgenommen werden. Aber so oder ProRes RAW ist immer noch der einzige komprimierte und wirklich RAW-Codec, abgesehen von vielleicht Red RAW. Hat dir das Ganze geholfen? Dann würde ich mich mega freuen, wenn du dem Kanal und mir mit einem einfachen Daumen hoch oder gar Abo und kleiner Glocke helfen magst, dass ich auch weiterhin solche Gratis-Tutorials produzieren kann und du sie auch nicht verpasst, wenn sie rauskommen. Dafür jetzt schon ein riesen Dankeschön und ich hoffe, euch im nächsten oder vielleicht in einem dieser Videos wieder zu sehen, die YouTube-Mind ihr auch gesehen haben müsst. Bis dann, bleibt gesund!